Was geht, haben wir geilen Schildkiez? Willkommen zurück zu einer Folge Chillenstrike mit dem Peter und dem Hadi. So und ja erstmal sorry für meine total gammelige Webcam aber die lange Rede kurzer sind. Das Ding ist einfach frack und ich muss meinen Rechner neu aufsetzen. So wir spielen Curve Fever ja. Wurde euch vorgeschlagen. Genau wurde von euch vorgeschlagen und wir haben ja kennen wir beide nicht. Also was heißt wir kennen. Ich unterbreche dich gerne. Achso wir haben es beide noch wir haben es beide noch nicht gespielt. Kennen es aber von Last Man Standing. So zumindest laut Peters Aussage. Also ich kann mich nicht daran erinnern dieses Spiel schon mal gespielt zu haben aber es war bei Last Man Standing. Ja wir haben es zumindest gesehen ja. Ja ja genau. So und auch die Bestrafung ist von euch inspiriert. So und das ist wie immer dein Job. Peter kannst du mich mal ausreden lassen du Arschloch? Und zwar und zwar und zwar ist das so dass der Verlierer ein Counter-Strike Global Offensive Pack Opening über eine Höhe von 40 Euro machen muss ja. Der Verlierer der Gewinner sagt dem wie der die 40 Euro aufteilen muss also welche Kisten er kaufen soll und so weiter und so fort. Und die drei besten Skins die der dann bei diesem Pack Opening zieht der Verlierer muss er dem Gewinner giften über Steam ohne irgendwas dafür zu bekommen und die anderen Skins da aber auch nicht behalten nein die muss er alle verkaufen für den möglichst niedrigen Preis im Steam Workshop das im Zweifel halt ihr auch noch was davon habt. Und was meintest du noch die Erlöse von diesen Verkäufen? Ja was wir machen jetzt halt nicht den irgendwie einen Cent oder so wir machen schon einen niedrigeren Preis als alle anderen aber das was bei diesen Erlösen dann rumkommt insgesamt weil wir wissen ja nicht wie viele Skins wir ziehen können jetzt von 40 Euro diesen von diesem Erlös in welcher Höhe auch immer darf sich der Gewinner dann auch noch einen Skin seiner Wahl aus dem Steam Store aussuchen der dann vom Verlierer gekauft werden muss und der muss dann auch gegiftet werden. Weil hätte ja sein können dass du sagst du brauchst noch die Glock in hast du nicht gesehen kostet aber 1,20 Euro und dann ist genau dabei rumgekommen dann kriegst du das auch noch. Genau und wir spielen halt wie gesagt Curve Fever 2 das ist so auf einem sehr kleinen Spielfeld wenn man nur zu zweit spielt geht bis zu 10 Punkte und wir machen von diesen bis zu 10 Punkten Best of 3. Okay damit ist alles erklärt ich glaube wir starten ja wir können wir können starten also Pfeiltasten da bewegt man sich ja ja links und rechts du brauchst einfach nur links und rechts wenn ich das richtig verstanden habe. Okay left right welcher bin ich denn du bist der das funktioniert bei mir nicht wie das funktioniert bei dir nicht wie das müssen wir jetzt nochmal überprüfen du bist der gelbe ja ja ich kann nicht steuern Bewegen kann ich wirklich nicht du hast gesagt Pfeiltasten oder ja ich bewegt mich mit Pfeiltasten lief ja geht bei mir aber nicht Hier kann man nicht zurückgehen das heißt wir müssen. Wieso geht das denn nicht das weiß ich nicht Doch jetzt geht's jetzt geht's jetzt bin ich rausgegangen ja da kann ich nichts für warum wenn das jetzt geht peter smith So alles klar ja komm ich mach ja mal einen Cut so da sind wir wieder in kein Schnittchen ich konnte nicht ich konnte nicht steuern jetzt geht's so ist doch alles gut wie kann ich denn zeichnen Hey das passiert nach einer zeit automatisch ja richtig boah jetzt bin ich langsamer das ist aber nicht so geil du hast einen dickeren strahl Ja das ist was was du mir was du mir eingebrockt hast Ah das ist nicht so geil für dich sagste Oh lol Was ist denn das Keine Ahnung Holy moly Holy ich bin viel zu schnell Ich bin schon gestorben Ja und jetzt Ja steht doch rechts Neue Spiel startet jetzt Boah guck mal komm ich meinen CSGO skins ja schon mal näher Was ist ja wohl ein Scherz Bist du deinen CSGO skins ja schon mal ganz schön näher gekommen ey Verpiss dich einfach Das ist voll wie Tron und Spaß Ja es geht in die Richtung Was ist denn das hier Ohohohoho Scheiße Ja Wie schnell du auf einmal warst Boah leck mich am Arsch Oh ich mach kein Dings mehr Das ist aber scheiße Wie sah denn das aus was du dafür aufgenommen hast Nein Leute man kann ja Ach man kann ja wie Man kann ja durch Ja Hä das ist aber neu Oder Ja keine Ahnung Okay Ja offenbar kann man durch Wie auch immer Offenbar kann man durch ja Was Ey verarsch mich nicht Ey vielleicht hast du einen Power Up aufgenommen Damit du da durchkommst Boah das kann ja wohl echt nicht wahr sein Vielleicht gibts da für einen Power Up Ja wahrscheinlich Damit bist du super langsam Ja hab ich nämlich vorhin bei dir schon gesehen Guck mal hier das was da Das blaue da Das blaue Ja genau Oh Gott Leute was war das denn für eine Aktion Peter Smith Okay jetzt weiß ich was dieses rote Ding macht was du da gerade aufgesammelt hast Was macht das rote Ding denn Ach vertauschte Steuerung war Ich weiß nicht wovon du redest Ja dachte ich mir schon Oho Boah war das knapp Das war mega knapp alter Ne das will ich nicht Boah ne schnell will ich aber auch Das ist jetzt ganz schlecht Fuck alter Ach nö Ahja ich bin übrigens Ahja da seht ihr wer wer ist ne Kann man jetzt auch mal so 7 Runden sagen Ich bin türkis Boah Boah Peter der macht mal nicht so spannend hier Ne 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 scheiße Hahaha Peter Du geile Snitch So 4-4 Boah 4-4 Leg mich am Arsch Ja Also machen wir bis 10 Punkte oder 10 Best of 10 Best of Best of Was ist denn das da Boah jetzt hab ich nen dicken Strahl Voll geil Da kommst du nicht mehr raus Da komm ich echt nicht mehr raus Scheiße ey Hui Das ist lustig Wir machen Best of 3 10 Punkte Holy shit Puff Ja Ja Scheiße ich bin da voll durcheinander gekommen bei diesem Kackteil Peter Kann ja wohl nicht wahr sein Kann ja wohl nicht wahr sein Peter Ich brauch mal ein bisschen Contra hier ja sonst wird mir langweilig Na ja Boah bist du Boah mutig alter mutig alter mutig Aufs ganze gegangen ey Ja hab ich gemerkt Das ist aber hart spekuliert Dass da gleich einer kommt War Guck mal wir waren erst Ahaha Ich komm Nein Gott du Karsch Du geile Drecksau Oh ne Scheiße Da sind wir hardcore aufeinander drauf gegangen ey Boah alter geh weg Boah alter geh weg Ja Alter du giese kleine Sau Boah das ist echt wie Tron voll cool Wie aus dem Film Wenn die da mit dem Motorrädern fahren Hast du den da nicht jemals gesehen? Äh ja Hab ich Oh Hahaha Scheiße ey Da wollte ich das fucking item haben Scheiße Scheiße Dann malt man nicht okay Oh Leute ich bin in mein eigenes Ding gefahren Oh das ist aber egal Jetzt wird es aber eng ey Jetzt muss ich mal ein paar Runden holen Ach warte mal Die roten sind immer für nen Gegner Und die gelben sind immer für nen Gegner Ja so wie es aussieht ja Warte mal Boah ich dachte jetzt knallen wir direkt an Alter Was ist das eigentlich? Ich hab keine Ahnung Was? Boah Jaaaaa Scheiße Wir sind übrigens fast synchron in die Wand reingefahren Im Ernst? Ja Oh Scheiße Ich hab nur ne zehntel Sekunde eher als ich Oh Mann Jawoll 1 zu 0 in meine Richtung Ach shit Okay Ja direkt nächste Runde hier Ich schrubb dich Ja klar Warte ich muss drauf gucken was passiert Ich muss jetzt noch eine gewinnen Dann winken mir ganz viele schöne CSGO-Skins Hihihi Peter das motiviert mich Du weißt doch wie das ist Ich frage mich ob jetzt hier nochmal was passiert Ähm Hit Space to return to the room Okay Aha Bist du wieder im Raum? Jaja Okay Wait for start Cinque Cuatro Tres Tres Du Uno Vier So Ich bin was? Ich bin wieder gelb Gelb Alter was? Geiler Start Boah Das kann nicht wahr sein ey Wie der mich hier direkt am anfang so nervös macht Fuck off du ganze wiese Bitch ey Hey ich bin ja gelb Oh Nein Du wiese Hure Oh Mann Oh das ist scheiße Was war das denn für ein Symbol? Shit Jetzt werde ich grad hier ein bisschen nervös Muss man die Maus weg machen Leck mich doch am Arsch Fuck off Peter, ganz ehrlich Woah Der Wendekreis ist aber auch eine Zumutung 急 Waa Ich bin doch von 3 0 ey was?! Jetzt reicht es aber Pixel game na woist du da durch Whooaa Was zum fic ey Boah Du spielst richtig aggressiv Das geht mir gar ein bisschen auf den Sack Ich hab nicht die Eier in der Hose Oho Du miese Hure, oh man ey, 4-0, das gibt's doch nicht, oh man, nein, holy shit ey, ich bin gerade so mega aufgeregt, fuck, lol, Alter, jetzt, 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 scheiße, boah, da hast du das Ding aufgesammelt, das hab ich überhaupt nicht mitbekommen, ich dachte schon, das wär vorbei ey, was zum Fick ey, das war aber knappi popopi ey, legt mir am Arsch, scheiße, wie sollt ihr denn jetzt nicht eher anfangen können, du, dieses Stück Kot ey, boah, jetzt gerade kommen wir aber nicht drauf klar, das kann nicht wahr sein, Huuuuh, woah oder hast du gedacht der könnte ein bisschen aggressiv spielen, dabei war eine nicht mit mir, hörst du bescheid weiß, da hatte ich gehofft aber hat nicht funktioniert, Shit ey, da muss man eigentlich durchziehen, aber das war, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich den jetzt eingesammelt? Boah, ich bin so dämlich, ey, jetzt warst du aber unaufmerksam. Mein Gott im Himmel, ey, boah, die Runde, die ist mir sowas verloren. Oh, wir haben nicht den Dingens gewechselt, wir sind voll clever. Oh, shit, bin ich in der Aufnahme drin, oh shit, Digga, oh shit. Peter! Nicht schon wieder. User disconnected from your challenge. Ich hasse Bisschen, du bist doch Scheiße! Oh, Mann! Sieben zu zwei, ey, oh Mann, ey, jetzt ist er im Spiel drin, ey, der miese Pisser. Fuck. Ja, so. Boah, wie knapp, dude, aah! Oh, shit, ey. Wo bist du denn? Boah, leck dich am Anus! Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Noch? Mal's keine Dinger. Boah, ich... Die Dinger haben aber auch einen Wendekreis. Ja, der Wendekreis ist echt für'n Arsch, ey. Mein Gott, ey, 8 zu 3, boah, da wird echt nur eine spannende Kiste hier, oder was sagste? Das ist jetzt nicht so gut. Ich bin so ein Idiot! Ja, aber du hast den Punkt... Ich hab den Punkt gekriegt! Wieso bist du da reingestellt? Ich bin in die Wand gefahren. Boah, das wär safe gewesen. Geil, Alter. Wow! Holy shit! Peter, mach mal nicht so eine Scheiße hier, ja? Ja! So, sehr gut. Damit hat er nicht gerechnet in dem Moment. Nee, hab ich auch nicht. Boah, bist du ein abgefuckter Motherfucker! Holy moly! Nein! Nein! Oh, Mann! Ich krieg zu viel, ey! Oh, Mann, ey! Boah, Alter, die Arena ist aber auch Tiny wie dein Dick einfach nur. Ja! Zweite Runde geholt! Bam, Junge! Man, ey, das gibt's doch nicht! Tiny wie dein Dick am Arsch, Junge! Fuck, ey! Kannst du Wasser trinken? Eins zu eins. Das nervt mich jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich schon gewonnen haben. Ich wollte jetzt voll entspannt jetzt hier die letzte Runde, weißt du, so richtig abziehen und so, aber irgendwie funktioniert das jetzt nicht. Nix da! Nix da! Scheiße! Layers loading? Ach, das kratzt mich an. Ach so. You lost connection to the room. Okay, geht los, ja? Du bist jetzt blau. Jo. Ich bin jetzt blau. Ja. Oh Gott. Okay, geht los. Ich bin, ich bin blau. Ich bin blau jetzt, weil wir mussten eine neue Runde machen, weil ich rausgeflogen bin. Ach du Scheiße. Scheiße. Nice. Nice, 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 nice. Sehr gut. Nicht gut. Also nicht vergessen, Peter ist türkis, ich bin blau. Da, da, da. Peter, ich werde dich jetzt richtig geil fisten, Junge. Fuck! Mann! Boah, genau in dem Moment muss die Scheiße natürlich anfangen, ey. Das war, das war, das, das ist perfektes Timing gewesen, müsste man meinen. Ja, das war Karma, würde ich sagen, wa? Komm, mach mal ein Item hier. Ich bin so dämlich, ne? Weil es da jetzt so eine riesen Lücke war und ich fahr gegen den 14, Alter. Boah, blau ist ne Scheißfarbe, das ist schlecht jetzt. Also das bringt mir Unglück, Peter. Ja. Holy Shit! Ich hätte niemals gedacht, dass du da noch durchkommst. Alter! Wiese Uhr. Ja! Hey, was?! What?! Ah! Scheiße! Hey, hey! Du hast das auch! Oh! 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 Ich hatte auch, hatte... Concentrate, ey. Boah, Peter, wenn du übrigens mal Zeit hätte, wenn du mal wieder gewinnst, war? Wird sonst langweilig hier bei Chill & Strike. Was? Boah, hast du gesehen? Der hat die Lücke genau da gemacht, wo ich durchgefahren bin. Damit habe ich nicht gerechnet, scheiße. What the fuck? Alter, das Spiel macht mich fertig. Ich bin schon richtig hart am Sweaten unter den Axels. Loin, hast du gesehen? Autsch. Jetzt bin ich gefickt. Mann, du fährst aber auch so komische Dinger da, ey. Fick dich doch mal im Arsch. Ich fahr komische Dinger? Was willst du eigentlich von mir? Oh nein. Ich bin langsam. Du bist so ein rieser Wichser, ne? Boah, Mann, ey. Komm schon. Boah, okay, jetzt geh ich aufs Ganze. Jetzt fick ich deinen Arsch. Dieses Stück Scheiße. Holy moly! Scheiße. Boah, das war wohl zu schnell für dich, du. Ja, das war wirklich zu schnell für mich. Ficker, ey. So. Boah, Alter, wie viele Altebs? Ja, keine Ahnung, wo die auf einmal herkommen. Spielst du längst vorbei. Boah. Boah, ganz ehrlich, wieso hast du denn da keine Lücke mehr gemacht, ey? Was ist denn das für ein Bullshit? 6 zu 4, ey, das akzeptiere ich nicht. Drecks-Ficko-Game, ey. Boah! Zum Scheißen ist das! Zum Scheißen, Junge! Zum richtig hart abpacken! Ich stelle mich aber auch gerade wieder so dämlich an, wie sonst niemand, ey. Verpiss dich, Peter Smits. Ich hasse dich. Jetzt kann ich wahr sein! Oh Mann, ich will ihm keine Cisco-Skins schenken, ey. Oh, doch, das willst du. Tief im Inneren weißt du, dass ich das verdient habe. Fuck off, du Bitch, ey. Hey, hau bloß ab, sonst bummst ich deinen Anus. Fuck, 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 fuck. Ich hasse dich! Oh Mann, ey! Boah, fuck off, du mieser Wichser. Das ist doch... BAM, Junge! BAM, Junge! I'm back! Scheiß, Gang! Das spielt schick nach Magie, ey. Das ist Wichs. Es ist so scheiße, das Spiel. Das war so wichtig, dass ich mal wieder gewinne, ey. Mann, ey, so ne Scheiße. Ach, kacke, ey, da könnte ich kotzen, ey. Leck mich am Arsch. Man glaubt das gar nicht, weil es ist nur so ein Billo-Spiel, aber mein Herz pumpt wie sonst was. Boah, ich freu mich auf die Skins, Hardy, ey. Hoffentlich zieh ich ein Messer. Zwei Messer. Ich kündige übrigens schon mal an, wenn ich, sollte ich wirklich ein Messer oder sowas ziehen, werde ich dieses Spiel nie wieder spielen. CS meinst du, oder was? Ja, heute. Ich will schon so ewig eins haben. Wenn ich wirklich eins ziehen sollte und ich muss dir das schenken, werde ich es nie wieder spielen. Nie wieder. Dann werde ich es wirklich, ich werde sagen, fickt euch mit CSGO einfach nur. Boah, dann kotze ich im Quadrat, das schwöre ich dir. Heute ist ein guter Tag. Ja, ich gebe dir dann noch die Information, inwiefern ich die 40 Euro gerne aufgeteilt hätte. Ja. Wie du möchtest. Es ist so, Entschuldigung, nochmal kurz als Information für die Leute, die sich auf den Five Nights at Freddy's Stream freuen. Mittwochabend geht nicht. Da haben wir andere Aufnahmetermine reingedrückt bekommen, von uns selbst. Und deswegen musste ich auf den Dienstag verschieben. Das heißt, morgen kommt schon der Five Nights at Freddy's 2 Stream um 19 Uhr auf twitch.tv. Das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Und Tati, was ist eigentlich los mit dir? Bist du kein richtiger Sportsman mehr? Willst du nicht irgendwie sagen, gut gespielt? Doch, ja. Ja, es ist mein Ärger. Ja, aber der ist jetzt so. Ja, ich beglückwünsche. Guck mal, das kommt schon gar nicht über die Lippen, Alter. Ich beglückwünsche dich natürlich zum Sieg. Also ich drücke dir auf jeden Fall beide Daumen, wenn du das Case Opening machst. Ich bin nicht. Ich hoffe, da kommt nur Wichse raus. Boah, nein. Wahrscheinlich ziehe ich noch so ein Karambit in dieser komischen Bluttarnung da. Slaughter, wie das heißt. Ich hätte gerne einen schönen Skin für die M4 mit Schalldämpfer. Das wäre cool. Das wäre natürlich auch cool. Ja gut, da musst du dich natürlich jetzt selber erkundigen, was für Packs du da haben willst. Ja, das mache ich. Und dann sage ich dir Bescheid. Gut, also ihr werdet dann nächste Woche die Bestrafung sehen. Nein, ich werde das Pack Opening dann schön, du möchtest bestimmt live dabei sein, oder? Machst du einen Stream dazu? Ja, nee, also ich hätte das jetzt aufgenommen halt, ne? Achso, ja, dann wäre ich bei der Aufnahme gerne dabei. Ich wollte gerade sagen, also wir machen mal eine Aufnahme. Ich ziehe die Dinger schön und dann kann ich die dir auch direkt auf einem Silbertablett mit einem roten Tuch drüber servieren. Jawohl. Sehr schön. Gut, dann danken wir euch an dieser Stelle natürlich. Das Video kommt nächste Woche, Mittwoch 19 Uhr. Ja, genau. Sorry. Danken wir euch an dieser Stelle fürs Zuschauen, ihr ganz Schlittchen. Ja, verfick dich am Anfang. Ich hätte das richtig gemacht. Und macht euch noch einen schönen Abend. Peter, vielen Dank für diese illustre, erheiternde Runde. Vielleicht streame ich gerade noch. Also schaut mal rein. Hä? Ja, was? Wie du streamst? Stream wir heute. Ach, du streamst heute? Ach ja, stimmt, hast du im WhatsApp geschrieben, stimmt. Ja, schön, Peter streamt heute. Also auf jeden Fall nicht verpassen, reinschauen, was spielst du denn? Schönes Far Cry? Ja, ich hatte ja gesagt, wenn sich einer noch meldet, dann spiele ich was anderes. Wenn sich niemand meldet, spiele ich Far Cry. Wann wolltest du anfangen? 18 Uhr wahrscheinlich. Okay, heißt also, der Stream läuft schon seit einer Stunde? Ja, richtig. Also könnt ihr hier in dem Moment Pause drücken und erstmal in den Stream rein wechseln? Ja, aber die müssen nicht Pause drücken, die können jetzt auch noch zu Ende gucken. Das Video ist seit einer Sekunde vorbei. Boah, du hast voll recht. Boah, Peter, ey. Ja, aber dann haben wir ja jetzt schon halb acht, Peter. Ja, ja, laber noch weiter. Ja, wie auch immer. Also, bis ihr uns im Stream, beziehungsweise ihr seht, Peter, ich muss meinen Rechner neu aufsetzen. Bis zum nächsten Mal, und rein, tschüss. Ciao. Ciao. Ja, 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 ja.